Ihr Spitzname, wa? Ihr Spitzname, wa? War das eine Spinne oder so? Achso, okay. Achso. War das eine Spinne oder so? War das ein Hölkchen, wo der Typ da die Spinne in der erste Reihe heißen hat? Ja. Der böse Security. Ach, den heißt es. Wenn wir den auf der Straße sehen, wa? Ja. Ihr habt es nicht mehr erzählt und ihr kennt die Story. Ich hab mich so gerne. Katja, wir machen noch ein R.A. Gruppenfoto. Ja. Ja, geil. Wer gehört denn alles nach dir jetzt? Ja. Sonja. Die kenne ich nicht. Wuhu.